Hallo meine lieben Freunde und herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 10 HDMI Raster mit mir im StarTaxx Okay, dann machen wir mal weiter. So, wir haben das zu mir hier schicken geblieben in einer schönen, coolen Wüste Und ja, haben hier so ein bisschen mit den Charaktoren rumgespielt Aber jetzt widmen wir uns eine Sache und zwar den Blitzballspielen Also gehen wir uns einfach mal kurz ins Blitzballstadion Und schauen einfach mal Wir sehen, das Pokalspiel ist im Moment ausgegraut Das ist aber gar nicht so schlimm, eventuell So, die Sache ist, wir müssen jetzt irgendwie abwechselnd immer Pokalspiel und Spielregeliger machen Damit wir jetzt ziemlich schnell halt, oder was heißt ziemlich schnell Damit wir halt an die Ekstase-Typen von Walker rankommen Um dann halt am Ende seinen Siegel eben zu erhalten Und ja, ich würde mal sagen, wir legen einfach mal direkt los Wir müssen Angriffstee beim Pokalspiel erlangen Eigentlich normalerweise, aber es findet zur Zeit kein Turnier statt Ich weiß nicht genau, was das triggert, dass ein Pokalspiel zur Verfügung steht, aber egal Machen wir mal eins, Spielregeliger, Runde 1 Spiel 3 ist Albert Sykes vs. Beset Aurax So, alles klar Dann machen wir das jetzt so Oh, warte mal, ist das jetzt gut gewesen? Eventuell Bots und Keeper Mal gucken, wir nehmen einfach genau diese Position ein Jack Spezial habe ich schon ausgewählt, das ist ganz schön Das kann auch so bleiben Die anderen haben gar keine Skills Wir könnten einfach mal gucken, Manndeckung Die könnten sich hier einfach irgendwelche Schüsse, sag ich mal, abgucken Aber die haben jetzt hier auch gar nichts Besonderes Besonders Ich als Tidus sollte mir sowas wie Schlaf-AG gerne abgucken Genauso wie Bots Wie man nochmal Skills lernt, weiß ich nicht Ich glaube, in dem selben Moment muss man irgendwie X drücken oder so, um das zu lernen Wenn der Gegner das einsetzt Also ich habe gerade absolut keine Ahnung, aber scheiß nochmal drauf Ich habe seit 100 Millionen Jahren auf jeden Fall kein Blitzball mehr gespielt Und, ähm, das ist jetzt hier wahrscheinlich mehr oder weniger Lack Dieses Match So, Dribbling So, Letty attackiert So, hat jetzt nicht ganz so viel Schaden gemacht Tidus attackiert Hat auch nicht so viel Schaden gemacht So Und das kann leider auch nichts dagegen tun Okay, das hat jetzt irgendwie ziemlich scheiße funktioniert Vielleicht kann Bots was dagegen machen Obwohl ich nicht glaube, dass das irgendwie großartig was wird Schlafpass Oha, doch, da könnte was sein Es sei denn, er wirft jetzt Okay Äh, Walker pendt ein Das ist schon mal sehr gut Das sind die besten Voraussetzungen So, ich denke mal, die machen jetzt gleich Äh, der Typ macht gleich einen Torschuss Also ich gehe mal stark davon aus Ja, wo passt der denn hin? Wahrscheinlich hinten zu seinem Kollegen Ja Ob der Bots jetzt gleich rankommt, das werden wir gleich sehen Aber ich Ja Tidus kommt dran Okay, er sollte auf jeden Fall nicht versuchen, ein Tor zu schießen Ich denke, der passt einfach mal wieder zurück Mal gucken, wann Walker aufwacht Wahrscheinlich am Ende der Runde Ich habe keine Ahnung, wie das läuft Äh, das ist nicht sein Ernst, oder? Nein, das ist nicht sein Ernst Und das ist nicht sein Ernst So, Kipper fängt ihn Einfach nur, weil der besoffen ist? Warum Äh, was zur Hölle? So Ich denke, bis Eiger kann ich vorstoßen und dann einen Pass machen Das sollte auf jeden Fall passen Von AG her und PH her sollte es Ja, sehr gut passen So Walker ist gerade irgendwo Da hinten Also, warte mal, Walker ist Wo ist Walker? Der ist Ach, Walker ist am Pennen Äh, richtig Spielen wir einfach mal kurz zu Tidus So Okay, das ist Das ist noch im Rahmen des Okayen Machen wir mal Dribbling Schlaf HGS Ich weiß jetzt nicht, in welchem Moment ich jetzt drücken hätte sollen Vielleicht hätte ich ein bisschen warten sollen Aber Sagen wir mal so Genauso wie es jetzt ist Tor Jack Spezial Sollte das eventuell gut funktionieren Entweder war ich zu langsam Oder ich war zu schnell Ich bin mir nicht sicher Muss ich Ein andermal nochmal ausprobieren Man kann das Tutorial natürlich auch machen Um zu gucken Wo es genau ist Aber naja, egal Alter, dieser Rumnick Der hat eine so kranke Äh Abwehr Na, so einen krassen Abwehrwert Im Prinzip Und wir haben trotzdem ein Tor geschlossen Der hat 18 FA Was zur Hölle Ich glaube ich sollte mir auch andere Äh People, sag ich mal Engagieren Die einen besseren Wert haben Zum Beispiel als Kipper Na, Kipper, der hat ja einfach gar nichts Aber ich spiele immer trotzdem mit der gleichen Guffelbande Oh ja, klasse Jetzt schlägt auch noch das So, Algar ist ein bisschen kritischer Der würde Kipper einfach lang machen Aber easy Okay Und er legt sogar drauf an Ja Also das ist 100% ein Tor Da kann mir nichts gegen machen Guck mal Kipper hat 5 FA 5 Und dieser Rumnick hatte 18 18 10 Alter Das ist einfach nur crazy Das ist mega crazy Mega crazy Daisy So Was kann ich hier machen So An sich ist das ganz easy Ich versuche mit Butts gleich ein Tor zu landen Mit Butts Habe ich ja Butts gesagt Mit Dat Noll Ähm So Du kommst bei mir nicht hin So Probieren wir es mal anders So Rapper Walker ist so weit hinten Das ist mein Problem Die Positionierung ist ein bisschen beschissen von ihm So Der Passwert ist ganz groß Ähm Spielen wir nochmal runter zu Walker Ich hoffe Dat Schwimmt jetzt einfach Achso Das kann nicht weit passen Ah Das ist nicht so Schlimm jetzt gewesen Dabei Tidus läuft Ohne Ende Ja Die tänzeln da hinten alle so ein bisschen rum Ich kann natürlich auch eine Runde warten So Ich sollte aber irgendwie Na Ich hab ne Idee Ich komm wahrscheinlich nicht so weit Aber Wenn ich das zu Letty Ne oder Botts Zu Bots Zu Bots Wenn ich den zu Bots patze Und dann anschließend runter zu Dat Dann könnte das was werden Falls der Wob so weit kommt 5 4 3 2 1 0 Und er rutscht weg So und Raccoon Fängt ihn Ach ja Pass So dann pass mal Mir geht es einfach nur darum Dass sie Dass das gegnerische Team Zuletzt den Ballbesitz hat Dann komm ich wahrscheinlich Zur Halbzeit nochmal dran Oder sofort Nach der Halbzeit dran Das ist Das wäre schön Dribbling So Dat kriegt den nicht Den Ball Also Haben wir erstmal Halbzeit Es ist Halbzeit du Genau Okay Also es lief Mäßig Mäßig So Hier lief es ein bisschen besser Aber naja Was soll's So Vielleicht Warte mal Linker Stürmer Rechter Stürmer So Probieren wir das nochmal Einmal so Das könnte So ein bisschen besser funktionieren Letty hat glaube ich Ah Letty hat sogar was Giftpass Das ist schon mal Ein bisschen was wert Zumindest So Kippe hat aber nix So Spinball Manndeckung Okay Letty Du könntest hier Weiß ich nicht Auch so einen Schlafpass Oder so abgucken Das wäre schon ganz nett Genauso wie hier Den Schlafpass Allerdings Wie gesagt Keine Ahnung Wie das funktioniert Genau Mit den Leeren Müsste ich selber nochmal gucken So Wieso haben die Den Ball Die hatten doch Als letztes den Ball Das ist doch nicht Der Ernst Scheiß was drauf Alter wir haben so Einen geringen Angriffswert Das ist Einfach unglaublich Der ist so low Der ist einfach so low Und Rapper macht gleich Einfach Eiscolten Tor glaube ich Der macht einfach so You spill me right round Baby right round Und dann macht er Ein Dings Ein Torschuss Also die haben auf jeden Fall Jetzt wieder ein Tor Scheiße Also bis jetzt läuft Gar nicht Gar nicht Das Team ist einfach zu weak Dat hat zu niedrigem Level Aber an sich Habe ich im richtigen Moment Anscheinend gedrückt Naja Aber Ich heule jetzt nicht Weil wir jetzt einmal verlieren Oder so Das ist irgendwie Für mich ist das gar kein Thema Das ist ja normal So Das könnte voll in die Hose gehen Ich probiere es trotzdem aus Hat funktioniert Ich bin zufrieden So Meine lieben Herrschaften So Wir machen jetzt einfach mal Den Jack Spezial Meine Lieben So Ich denke mal nicht Dass wir in den Torschuss Landen werden Aber man kann es ja mal versuchen Weil Rumnik hat einfach so Ah Das ist einfach nur krank Aber nur krank ist das Fängt ihn Ja locker Easy Ey und wenn man einfach bedenkt Wie low Ja Die Albeds eigentlich sind Die sind einfach richtig low Vom Level her Die sind genauso low wie wir Aber Fragt mich nicht warum Der Torwart einfach so eine krasse So einen krassen Abwehrwert hat Das ist einfach Weiß ich nicht Unfreakable Unbelievable Nicht vorstoßen So Gucken mal Schlafposten Ja easy Wo ist er denn hingegangen Rapper Rapper kann gleich wieder ein Tor schießen Ich sag's euch Und der hat auch wieder einen großen Großen pH Wert Und da können Die drei Nichts gegen machen Also Das ist ja einfach nur lächerlich Einfach mega lächerlich Ey das ist so als ob Man irgendwie gegen einen Boss Kämpfen würde Bots ist wohl der einzige Der einen richtig harten Schlag Normalerweise drauf hat Den sollte ich mir vielleicht Vorhin noch rein nehmen Den brauche ich Um den Ball zu snacken Naja man Also die Runde Verkacke ich richtig hart Ist aber nicht schlimm Mich juckt das eigentlich Nicht so ganz So 3-1 Ja aber warum spiele ich auch Eigentlich direkt Gegen die Albeck Psyches Aber naja Das ist jedes Mal So eine Sache Ein bisschen mit Glück verbunden Äh Ja So Moment Komm mal her du So Rapper Du juckst mich kein Stück hier Du kannst mich mal sowas von So Gute ist Wir haben hier Dutt Aber Dutt hat eigentlich auch Eine relativ hohe Torchance Die ist zwar echt Verschwindend gering Eigentlich aber Scheiß was drauf So Du bist nicht In meiner Schale So Walker Walker wird den Ball 100% nicht kriegen Weil ich schon wieder Nicht drauf geachtet habe Dass er einen niedrigen Passwert hat Also schon wieder Selber Schuld Ja und Walker kann eh nichts dagegen machen Versuch mal deinen scheiß Walker Aber du kannst es eh nicht Schlafschuss Na klasse Die gewinnt 4-1 Ich glaub's nicht Joa also Meine lieben Freunde So ist es Wie es nicht laufen sollte Hatte ich schon einen Grund Die Aufnahme neu zu starten Weil das aber so Echt So erbärmlich ist Aber naja Davon hab ich nix So Ich weiß gar nicht Warum die mir so hinterher schwimmen Wollt ihr von mir So bis Ruga Vorstoßen Dann mach ich Tor hier Dann mach ich Giftschuss Und dann hat sich Sache erledigt Junge Direkt Tor Hier In your face Komm her Bam Er stiehlt einfach den Ball Schlusspfiff Er ist nicht vergiftet Er ist gar nichts Locker easy Fängt er einfach den Ball Das ist ja so lächerlich Heftig Boah Kipper Du bist jetzt Weiß ich nicht Nutzloser als vorher GZ So Bla 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 Null Siege So weiter mit Blitzball Schauen wir mal ganz kurz Pokalspiel So hier haben wir Eingriff C zu gewinnen Und das Machen wir auch Gewinnen Gegen die Kilikabies Ah das ist schon mal gut Wenn wir gegen die Kilikabies starten Das ist alles super So jetzt machen wir das mal anders Bots Äh Bots 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 Jash Dann Tidus Dann 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 Letty Dann Walker Und dann Kipper So schauen wir mal So eine schöne Kombi jetzt hier oder Kipper du hast Du kannst noch nichts Ne Du kannst nichts Du hast nichts Nächste Ne du hast gar nichts Ne Schade Dann versuchen wir gleich einfach mal wieder was zu lernen Machen wir mal Ich wäre Hexen AG ganz nett Falls ich das mal jemals hinkriegen sollte zu lernen Lange Arm Lern mit Ach keine Ahnung Passt schon Passt schon Passt schon Auf ein neues meine Lieben Kann ja nur besser werden So ich gehe meistens ja immer frontal immer auf den ersten zu Mach dann Okay Dribbling So Und Schwier einfach weiter So Jetzt stellen sich mir Mehrere Leute in den Weg Das hätte nicht passieren sollen So ich probiere es aber trotzdem mal aus Ah Quarkahn Die hieß aber nicht In der alten Version hieß sie nicht Quarkahn Garantiert nicht Quarkahn Die hieß auch ein bisschen anders Also vielleicht auch immer was mit Q und W Aber Quarkahn kann ich mich nicht dran erinnern Aber 15 passt hat sie Das ist schon mal Eine ganz Große Nummer War klar alter Bei 1 Hört das Ding noch auf Egal Habe ich ein bisschen overextendet Mit Tidus Bin ich einfach zu weit Reingeschwommen Aber Leute Normalerweise Klappt das sogar richtig gut Aber wenn die jetzt ein Tor schießen Ist es aber auch schon ein bisschen lächerlich Oder Ein bisschen Aber naja Was willst du machen Kipper Du bist einfach nur ein Fettsack Was kannst du eigentlich So So das gleiche Spiel nochmal Ungefähr Ungefähr Quarkahn Also wenn ich das schon wieder hinkriege Ist schon sehr gut So Ich schieße einfach drauf los Hat keinen Sinn Ich mach es einfach nur Weil ich es kann Berührt ihn Ja bekomme ich den jetzt Bots Kriegt den Ball Sehr schön So Äh Bots Haben ein Problem Weil so weit komme ich nicht Vielleicht 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 Geht das ja Shit ey Ich spiele so kacke gegen die Diese Boah Killika Beasts Alter Das ist so Wahnsinn Das ist Das ist Das ist Das ist echt Wahnsinn Weil es Das sind eigentlich die größten Lappen hier auf Erden Die es bei Blitzboy glaube ich gibt Also ich glaube es gibt kein Schlechteres Aber ja läuft auf jeden Fall bei mir Vielleicht sollte ich auch einfach mal ein bisschen Serious Business spielen Vielleicht dann passt das ja Ich nehme die Kerle einfach nicht ernst genug hier Pass Ja stiert den Ball So Pass So Bitte einmal Boah Tito steht so weit außen Das ist ja mal geil So Meine lieben Werten Freunde Hätte ich genug HP Würde ich jetzt einen Tower schießen Aber habe ich nicht Habe ich nicht gesehen Dass ich nicht genug HP habe Das ist so dumm Oh Mir fehlt HP für Jack Spezial Mann Alter Kann ich nicht einmal kurz im Moment aufpassen Ey jetzt nervt es mich aber Ich finde es einfach nur mega schlecht gerade Ich glaube zwar nicht dass es funktioniert Aber bei Kipper Können schon passen Alter Kipper Was ist denn los bei dir Hast du Lack gesoffen Oder was ist hier los So Ich brauche einen Plan So Titus Egal Scheiß drauf Probieren wir es Riskieren wir es Vielleicht kommt ja ein Torba raus Wer weiß Wer weiß Elf Neun Acht Fängt ihn Natürlich fängt er ihn Er heißt ja auch nicht Kipper Oder Oh Nein Ey Das ist so schlecht Das ist so schlecht Das ist so schlecht Alter So Das kann ich doch nicht auf YouTube hochladen Ey Meine lieben Freunde Nein Nee Ja Das ist so schlecht Wir reden